Ja, da kam sie mit zwei Waffen. Dadurch kriegt sie halt nur 2 plus wieder auf den... Ja. Dadurch, dass sie Langschwert zwei Punkte hat... Ja, Zweithand Langschwert, Minus 1. Ich höre. So, speichern wir mal kurz. In Ordnung. So, Bueno, ihr könnt sich wieder bewegen. Ein Flegel... Und ein Kriegshammer und... Okay, noch ein düster Schrecken. Die Kruft ist zum Glück nicht groß. Kann ich helfen? Was ist los? So soll es geschehen. Ach ne, ist ein Ruhl. Wer den Zeugen wahrer macht? Okay, Hagrid macht einen Stufenaufstieg gekriegt. Kriegt einen zusätzlichen Punkt. Aufhelebarde. Weil leider können wir auf die Sachen nur jeweils zwei Punkte geben. Bei Charakter ohne diese Fähigkeit, der hat minus 4 auf Haupttand und minus 8 auf 2 Tand. Minus 2 auf Haupttand, minus 6 auf 2 Tand. Ja. Und minus 2 nur noch bei 3 Punkten. Was dann bei ihr dann halt praktisch ist. Brauchst du mich? In Ordnung. Kaum Untote vertreiben. Das müsste doch klappen oder nicht. Ja. Ich höre mit Vergnügen. Wie kann ich helfen? Vorwärts! Und da sind wir halt auch in eine Falle getreten. Bereit zu neuen Taten? Dein Befehl? Äh, benutzen wir Hand auflegen. Was? Ja. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Was ist los? Was ist geschehen? Oh, das sind nette Sachen. Also mal gucken. Ein Schlüssel. Schriftrollen, die erstmal weggepackt werden können. Dies ist ein großer eiserner Schlüssel. Der sieht abgenutzt aus und weist Rostspuren auf. Woran hast du gedacht? Ich tue es. Au. Das wird langsam gut. Wie lautet deine Aufgabe? Ja. Vita! Mortis! Sag, was du von mir willst! Ja, Mortenkerl! Wen kann ich helfen? Immer bitte pass mal aus! Ich höre. Ich tue es. Das Problem ist, Fallen entdecken funktioniert nur alle sechs Sekunden. Was stand hier? Ein blutperfekter Opfertisch. Im Laufe der Jahre ist das Blut getrocknet und zu Staub zerfallen. Dein Befehl vorwärts! Was? Ist das alles? Ja. Ja. Ich lasse mir meinen Rack in deinem Blut! Was ist lo- Mit Vergnügen. Der Lederrüstung und leichte Wunden heilen. Leichte Wunden heilen ist für sie. Die Löderrüstung. Identifizier mal bitte. Ist einfach nur die Lederrüstung plus Heinz. Du trägst. Beschlagenen Lederwams. Und ja, die Lederrüstung ist genau dasselbe, nur dass sie leichter ist. Was schon mal ein Vorteil ist. Für sie jedenfalls. Sag was sofort. Woran hast du gedacht? In Ordnung. So. Machen wir nochmal ein Quick Save. Oh. Wasser. Wie kann ich helfen? Es soll geschehen. Ich bin hier. Kein Problem. Noch ein totes Skelett. Ich höre. Wenn es dein Wunsch ist. Dein Befehl. Ich weise mir meinen Wart in deinem Blut. Also. In Ordnung. Bleib kurz. Schwert. Okay. An dieser Stelle ist der Boden eingebrochen. Und mit Wasser vollgelaufen. Die Oberfläche kräuselt sich leicht. Ist das zwei Hände? Ja, das ist zwei Hände. Zwei Hände sollte recht viel wert sein. Äh. Langsam. Mal kurz gucken, ob es hier genauso hoch geht. Ja. Sag, was du von mir willst. Spür meine Stelle an den Wingen. Teuer. Na. Okay. Falle. Auf, wenn in sie. Schattenbeschwört. Oh. 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 Ich habe nichts gegen die Erfahrungsvermöchte. Ich höre. Wenn es dein Wunsch gibt. Langsam gehen mir die einzelnen Skins auf. Na. Na. Was? Ich bin nicht vergnügen. Kann ich helfen? Ja. Sofort. Das ist doch Goblin leicht. Oh. Ein Bastardschwert. Vorwärts. Du hast aber nicht zufällig noch eine gute Waffe eingesammelt, oder? Nee, leider nicht. Was ist los? Ich tue's. Wie kann ich helfen? Ich tue's. Ich tue's. Kein Problem. Wofür, wenn es dein Wunsch ist. So. Dürfen wir jetzt in Ruhe mal weiter. In dieser Nische steht die Steinersche Statue einer in roben gehöten Figur. Ihr Gesicht ist vom Alter gezeichnet. Ja, das steht auch hier eine. Dies ist die Bronzestatue einer in roben gehöten Figur. Das Stück hat nichts Bemerkenswertes. So, der Sarkophag ist fallenfrei. Das ist ein großer Langbogen. Hm. Geld auf jeden Fall. Tankte Erschöpferkraft, das ist auch nicht schlecht. Und Stärke. Ja, Stärke. Durch die Anwendung des Zaubers nimmt die Stärke des Anwenders in Anhängigkeit von seiner Klasse erhöht. Okay, das ist ein Übersetzungsfehler. Durch die Anwendung dieses Zaubers nimmt die Stärke des Anwenders in Fähigkeit von seiner Klasse erhöht. Also habe ich nicht falsch gelesen. Also wird die Stärke erhöht wahrscheinlich. Kleriker und Diebe erhalten 1 bis 6, Kämpfer 1 bis 8 und Magier 1 bis 4 Punkte. Nur für Kämpfer geht das alle Punkte über eine Stärke von 8 in einen 10%-Bundes für jeden Extrapunkt umgewandelt werden bis zu einem Maximum von 18.00. Für alle anderen Klasse ist die Stärke von 18 das Maximum. Hm. Gar nicht mal so schlecht. Und er tragt der Schöpferkraft. Er steigert 4 Punkte die Intelligenz. So, okay. Ach, hattest du sonst noch was? Ja, einen Bogen. Gut. Dann war das hier nur eine kleine Krypta. In Ordnung. Nichts Besonderes. Zur Not wissen wir jetzt, dass diese Krypta sicher ist und wir können uns in ihr verkriechen, um zu rasten. Die Gefahr, dass Schatten uns entdecken könnten, wäre zwar noch da, aber nicht, dass die Yetis rein verirren. Zum Beispiel. So, jetzt gehen wir mal über die Brücke am Anfang, wie es gedacht war. Jetzt sind immer noch Schatten. Ich habe leider keinen Heiz-Zauber mehr. Ich habe leider keinen Heiz-Zauber mehr. Der möchte ich allerdings jetzt nicht so einfach so verschwenden. So, Stufen-Erhöhung. Äh, pff. Oh. Dann kriegst du Langschwerter einfach mal. Also, ja, eigentlich werde ich ihm kein Langschwert geben, aber irgendwo muss der Punkt hin. So, Krummsäbel. Brauchst du mich? Das heißt, äh, gehen wir mal die Krummsäbel zurück. Wenn ich hier den jetzt hier reinlege. Hm. Nee. Wir sind mit zwei Langschwertern immer noch besser bedient. Ja. Fahrwärts. Okay, die Krypta hier ist auch abgelegen. Und Zombie versorgt. Wie lautet deine Aufgabe? Sag, was du von mir willst. Ja? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ja, pass mal auf. Bereits? In Ordnung. Ist etwas nicht in Ordnung? Wie kann ich helfen, dein Befehl? Würden die Krypta euch gnädig sein. Würden die Krypta euch gnädig sein. Auf in den Sieg! Euer Leben ist verwehrt! Deutlicher sprechen als Worte. Ich werde dich durchstehen. Euer Leben ist verwehrt! Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Spür meine stählende Klinge! Hört. Sofort. Worum haben wir zu gern geschehen? Jetzt darfst du mal ein paar Waffen einsammeln. Wow, was ist das? Ach, ein Bastardschwert. Langschwert. Es kann nämlich wirklich sein, dass bei mir was Gutes dabei ist. Das ist nur einfach ein Dolch. Ich habe mir jetzt gerade so auf der Sitzung. Hübsche Schattierungen hinten. Oh, der da sieht ein bisschen aufgespießt aus. Oder angekettet. Was, wenn es sein muss? Brauchst du mich verstanden? Oh.